Stell dir mal vor, du könntest mit nur einem Schnipp an jeden Ort der Welt reisen. Und jetzt stell dir mal vor, du könntest mit nur einem einzigen Tipp dafür sorgen, dass du ab sofort sicherer beim Mischen in deiner DAW wirst. Also bei jedem Move in deinem Mix selbstbewusst sagen kannst, das macht es besser oder eben auch nicht. Klingt beides zu gut, um wahr zu sein, oder? Dann verrate ich dir jetzt mal ein Geheimnis. Das mit dem Schnipsen, das klappt nur im Film. Aber den einfachen Wundertipp, den gibt es wirklich jetzt und hier in deinem Recording-Blog. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video hier im Recording-Blog. Es gibt Tipps, die müssen nicht ultra kompliziert sein und sorgen trotzdem sofort dafür, dass du einen riesigen Schritt vorwärts machst. Und zwar egal, ob im Alltag, bei der Arbeit oder eben bei unserem liebsten Hobby, dem Abmischen von Musik in der DAW. Du änderst nur eine Kleinigkeit in deinen Gewohnheiten und sofort wird alles einfacher, klarer und in unserem Fall klingt es danach meistens auch noch besser. Folgendes Problem haben nicht nur Beginner mit wenig Erfahrung, sondern auch Fortgeschrittene und sogar Profis. Bei jeder Entscheidung im Mix stellst du dir ja die Frage, ist das, was ich gerade mache, eigentlich richtig? Der einzige Unterschied zwischen Beginner und Pro ist dann, der Pro fragt sich nicht, ob es richtig ist, sondern ob es besser ist. Ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied, für den er aber sofort eine ganz einfache Lösung hat, denn der Pro stellt sich nicht nur die Frage, sondern er kennt auch eine Methode, um sie sich sofort selbst zu beantworten, ohne, Achtung, ohne, dass er jemand anderen danach fragen muss. Und auch wenn der Pro diese Antwort vielleicht schneller findet als weniger Geübte, der Weg ist für beide gleich. Und ich gebe dir jetzt gleich direkt nach diesem Tipp, der mir persönlich übrigens viel zu spät in Fleisch und Blut übergegangen ist, noch ein paar hilfreiche Gedanken mit an die Hand, die dir dabei helfen werden, diese Methode im Mix auch perfekt einzusetzen, also nicht sofort weiter zum nächsten Recording-Blog-Video schalten. Dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und wenn du jetzt noch schnell auf den Abo-Knopf mit der Glocke daneben drückst, dann verpasst du hier ja eh in Zukunft nichts mehr. Die Idee hinter dem Trick ist, das Ergebnis nach der Veränderung im Mix sofort zu überprüfen, und zwar, indem du direkt nochmal dieselbe Stelle hörst und dabei das, was du gerade gemacht hast, einfach kurz hintereinander einmal deaktivierst, aktivierst, deaktivierst, aktivierst. Wie bei dieser Stimme hier zum Beispiel, diese 400 Hertz zum Beispiel. Sind die eigentlich besser oder schlechter für die Stimme? Ich hebe sie mal an. Leider, auch wenn du noch so strampelst, kommst du nicht vom Fleck. Du musst hier weg. Leise ruf. Oder vielleicht doch lieber rausdrehen. Drehen wir mal ein bisschen was bei raus. Was passiert dann? Dein Hamsterrad, es dreht sich weiter, auch wenn es aussieht wie eine Karriereleiter. Auch wenn du noch so strampelst, kommst du nicht vom Fleck. Du musst hier weg. Ich glaube, rausnehmen war besser, oder? Im Gegensatz zu Regler drehen und Fader schubsen, bis man meint, dass es passt, hörst du beim Deaktivieren und Aktivieren direkt den Unterschied zwischen dem Vorher und dem Nachher und nicht alles, was dazwischen ist. Und so kannst du viel besser entscheiden, ob es dadurch besser wird, schlechter oder vielleicht nur anders. Schlechter wollen wir nicht. Anders ist Geschmackssache, aber besser ist das, was wir wollen. Und damit ist es dann nicht nur besser, sondern gleichzeitig auch richtig, um die Frage vom Anfang dann auch noch direkt zu beantworten. Diesen AB-Vergleich, den kann man natürlich auf verschiedenen Wegen erreichen. Bei so einem Equalizer oder bei einem Plugin zum Beispiel kann man hier zum Beispiel das Plugin aktivieren und deaktivieren. Man kann es auf Bypass schalten, je nach DAW. Man kann bei einem Equalizer auch das einzelne Band vielleicht aktivieren und deaktivieren. Bei einem Hallbus kann man zum Beispiel einfach den Bus kurz muten oder den Cent vielleicht einfach ausstellen und anstellen, um zu hören, ob der Hall was Besseres macht. Und wenn es um einen Fader geht, dann kann man in den meisten DAWs, so wie ich den jetzt hier hochgeschoben habe, den mit STRG-Z wieder rückgängig machen oder mit Shift-STRG-Z wieder zurückschalten. Und so kannst du hin und her schalten und einfach mal im Mix hören, was denn eigentlich passiert, wenn du es lauter oder leiser machst. Folgende fünf Tipps solltest du allerdings dabei beachten, um dich dabei nicht von deinem Gehör oder von anderen Faktoren reinlegen zu lassen. Erstens, beurteile das vorher, nachher immer auch nochmal im Zusammenhang mit den anderen Instrumenten. Also nicht solo. Selbst wenn du den Hall oder den EQ solo eingestellt haben solltest, weil du es dann vielleicht besser hörst, ist es trotzdem wichtig, im Mix das Ganze anzuhören und nicht solo. Und wenn du im Mix noch nicht ganz alles hochgezogen hast, dann nimm einfach den Mix so weit, wie du ihn bis dahin schon mal hast. Zweitens, im Idealfall wird das Signal durch ein Plug-in nicht lauter oder leiser, da unser Gehirn lauter immer als besser interpretiert und leiser eben als schlechter. Stell also zum Beispiel das Make-up-Gain vom Kompressor so ein, dass es hinten möglichst genauso rauskommt, also genauso laut rauskommt, wie es vorne reingegangen ist. Manche Plug-ins haben immerhin ein Auto-Gain, das dir dabei helfen kann. Und wenn du dann den Ausgangslevel nicht ganz genau triffst, dann ist ungefähr richtig immer noch besser als voll daneben. Drittens, beim Fader gilt Tipp 2 natürlich nicht, weil er ja immer lauter oder leiser macht. Hier geht es aber auch weniger darum, ob es besser klingt oder schlechter, wie zum Beispiel bei einem Equalizer, sondern es geht ja darum, ob man etwas besser hört oder schlechter hört, weil es lauter oder leiser ist. Hier zählen übrigens dann auch die Zeit, wie lange du schon mischst und die Tagesformen mit rein. Lass also beim finalen Level der Vocals gerne den Mix auch nochmal den ganzen Tag liegen und hör ihn dir am nächsten Tag nochmal mit frischen Ohren an. Das hilft. Viertens, lass dir das Vorher-Nachher-Spiel aus diesem Trick wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Wenn du das ab jetzt ganz bewusst und immer machst, dann machst du es irgendwann komplett automatisch, ohne dass du es überhaupt noch merkst. Das ist dann ähnlich wie Atmen. Das merkt man ja auch nicht mehr. Und Atmen soll ja bekanntlich lebensverlängert wirken. Und fünftens, wenn du dir beim Gesamtsound trotzdem noch nicht ganz sicher bist, dann hilft es immer und zwar auch den Profis, den eigenen Mix mit einem ähnlichen anderen Song, also einer Referenz abzugleichen. Und wie ich hierbei vorgehe, das verrate ich dir in diesem Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und yassu!